Termina auf Gozo, das heißt Josef Spittri und seine Vision. Die Familie Spittri heißt sie auf ihrem Estate herzlich willkommen. Sie sind gerne eingeladen im eigenen Mund zu erfahren, was Gozo Geschmack bedeuten kann. Josef gibt ihnen auch eine kleine Einführung in Weinkunde. Sprudeln muss der Glade der Wein im Glas. In Marse-la-Vorn Valley und dem Rabla Valley liegen die Weinberge der Familie Spittri. Auf Böden, von denen ein Wein träumt. In diesen Mikroklimazonen mit Morgennebeln und wasserführenden Bodenschichten kann sich eine Rebe entwickeln, die einzigartig im Geschmack ist, die den Gozo Taste hat. Der unablässige Josef führt uns auch gerne in seine Wein-Factory, in der man mit modernen, sauberen Stahltanks arbeitet zum Fermentieren. Es ist ein Untertitelung des ZDF, 2020 Aber auch mit Eichenholzfässern, aus französischer Eiche zum Reifen. Dort haben wir auch einen 5-jährigen Syrah auf Eiche ausgebaut, kennengelernt. Der seinesgleichen nicht zu scheuen braucht und die Großen erst recht nicht. In diesen Kellern sollen zukünftig die Schätze Kosos reifen. Wir kommen wieder, Bein aus Stein. Samina, Kos.